Ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblings-Podcast, dem Tobias Beck-Podcast. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute ist es endlich wieder soweit, eine Interview-Folge. Ihr habt mich jetzt so oft alleine ertragen müssen, aber heute habe ich jemanden da, mit dem ich eine ganz, ganz große Leidenschaft teile. Und das ist nicht nur das Essen und das schön Ausgehen in schönen Restaurants, sondern, wie ihr ja wisst, habe ich ja mal zehn Jahre lang Gastronomie gemacht. Damals, für eine große Kette, werde ich ihm gleich verraten, was das war. Und da können wir uns dann direkt drüber austauschen, warum das auch nicht gut gegangen ist und welche Fehler die gemacht haben. Aber erst mal kommt die offizielle Anmoderation von Kemal. Ein Klatschen und ein gut gelauntes Hallo, meine lieben Gastro-Kollegen. Das kennt ihr bereits schon und habt das bestimmt bei Instagram schon mal wahrgenommen oder in einem seiner vielen Interviews. Kemal, alias der Gastro-Flüsterer, den hätten wir mal gebraucht damals, ist der Creator in Sachen Gastronomie mit hunderttausenden Fans und Followern auf TikTok und Insta. Und im Real Life ist der Hamburger mit türkischen und süddeutschen Wurzeln erfolgreicher Unternehmer, Sachbuchautor und Business Angel. Mit seinem Catering-Unternehmen Daily You macht er nicht nur Menschen glücklich mit seinem guten Essen, sondern auch noch gesund und satt. Und täglich, ich habe gedacht, ich habe mich verlesen, 6.000 Menschen füttert er quasi damit mit seinem ganzen Team und das ist absolut fantastisch. In seinem Restaurant, nein, in seinem Innenrestaurant. La Paz, wenn wir auch drüber reden, in Hamburg-Emsbüttel geben sich die Gäste die Klinke in die Hand und genießen. Happy, die modernen Fusion Tapas. Aber da muss ich unbedingt mal hingehen. Als Business Angel und Berater bringt er Unternehmen und Startups auf Erfolgsspur. Und wie man bei solch einem Penso mental und emotional gesund bleibt, das erläutert er in seinem Buch Erfolg nicht ohne meine Seele. Oh, da kommt die spirituelle Seite raus. Auch darauf freue ich mich sehr. Überhaupt gibt er sein Wissen unglaublich gerne weiter. Stolz sich auch nicht, auch mal kontroverse Einblicke zu geben, ein bisschen schwierige Themen anzugehen. Und deshalb habe ich ihn auch eingeladen. Ich folge ihm schon sehr, sehr lange bei Instagram, weil ich diese Branche eben liebe. Und jetzt Ende mit dem Vorschuss. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Kemal. Ich bin super happy, dass ich da sein darf. Und die Anmoderation zeigt mir, dass du wirklich da bist, wo du bist, auch zurecht bist. Also das war ja wirklich... Weil ich das so gut vorgelesen habe. Ja, aber das hat nicht so ausgesehen wie vorgelesen. Das war wie so ein... Einfach mal runterrattern. Hammer. Ja. Ich habe... Also unsere gemeinsame Leidenschaft. Ich schaue ja immer all deine Storys. Und ich finde es so geil. Du gibst von der Eisdiele bis zum Dönerladen, bis zum Luxusitaliener Tipps, wie man das besser machen kann, worauf man achten soll, wie man das profitabler machen soll. Und ich habe ja zehn Jahre lang war Piano gemacht. Zehn Jahre lang die Internationalisierung, die Trainingsabteilung dort mit aufgebaut. Und dann hat das Unternehmen aus meiner Sicht, und ich darf das ja nur jetzt, mein NDA ist ja auch schon länger her, sagen, einen riesigen Fehler gemacht. Die sind dann an die Börse gegangen und es ist alles so schnell gegangen. Kultur ist Strategie zum Frühstück. Das wäre meine erste Aussage für dich in Verbindung zur Gastronomie. Stimmt das? Kultur ist Strategie zum Frühstück. Ja, irgendwo schon. Also, du meinst jetzt die Kultur, die in der Gastro, die man lebt. Ja, wenn die Kultur nicht gelebt wird in einem Unternehmen und die stirbt, dann stirbt dann das Essen, die Liebe und die Gäste, ist mein Eindruck. Ich habe das jetzt bei einigen Unternehmen schon erlebt. Das ist quasi der dritte Step, der geht. Also, da kommen ja Leute hin, die mögen das und dann merken die irgendwann, es hat sich was verändert und dann fangen sie an nachzufragen und irgendwann bleibt der Gast einfach weg, wenn diese Liebe rausgezogen wird. Ich sage dazu auch meistens, die Seele einer Firma oder einem Restaurant, Café sind immer die Mitarbeiter und die Mitarbeiter leben natürlich diese Kultur, die vorgelebt wird. Und das ist meistens das Problem, dass viele eben Gastronomie einfach sehen, ich mache es entweder nur auf und dann stelle ich da Leute rein, dann funktioniert es nicht. Also, deswegen ist Gastronomie auch sehr zeitintensiv, weil du als Leader, als Inhaber das wirklich vorleben musst. Und wenn du es nicht kannst, musst du einen Multiplikator finden, der das von dir adaptiert, sozusagen wie so ein Doppeltgänger und der erfüllt dann die Aufgabe. Das ist eine große Challenge, weil wir eh Fachkräftemangel haben und dann noch einen zu haben in der Liga, der das wirklich so lebt, ist so eine Sache. Deswegen gehe ich immer in meine Strukturen rein, immer wieder und tu nachjustieren, tu mit den Menschen sprechen und sagen, Leute, warum sind wir jetzt so schnell geworden im Service? Wir sagen noch nicht mal mehr, hallo richtig. Schnelligkeit ja, Masse ja, aber bitte nicht auf diese Dinge achten, die uns eigentlich ausmachen, warum unsere Stammgäste hier sind. Und das musst du machen. Du kannst diese Kontrolle in der Gastronomie wirklich abgeben. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum große Ketten irgendwann ihre Seele verlieren, wenn sie zu schnell groß werden. Ich würde noch einen drauflegen, die Seele auch verkaufen oft. Also dann steigt ein Investor ein, der will irgendwann die Kuh melken und dann geht es halt nur noch darum, was eben am Ende rauskommt. Und ich habe am Anfang fand ich in der Strategie von Vapiano eine Sache ganz toll, nämlich, dass die Franchise-Nehmer, das waren immer so Local Heroes, die haben meist vorher ein anderes Business gehabt und die standen da selber drin. Ein, zwei Jahre, jeden Tag, Tag und Nacht. Und deshalb hat das so gut funktioniert. Also das war eins meiner größten Learnings. Es haben so viele Leute den Traum, ein Restaurant, eine Bar, irgendwas aufzumachen. Die Arbeit, die dahinter steckt, jetzt komme ich ja selber auch aus der Fliegerei. Also ich kenne zumindest Service und wie unfassbar viel Arbeit das ist, einen Gast zufrieden und glücklich zu machen. Ja, absolut. Es ist halt alles sehr kleinteilig. Es können überall Fehler passieren. Ist das Essen am Pass warm? Wie lange steht es da? Wie wird es vorbereitet? Sind die Rohstoffe die richtigen, die ankommen? Wenn ich die Kette einmal durchgehe, dann sind da hunderte von Fehlerquellen, die entstehen können. Und deswegen haben wir auch so ein schlechtes Image oftmals, weil halt in der Gastrobranche keine, du brauchst keinen Meisterbrief. Also wenn du jetzt eine Kfz-Werkstatt aufmachst, dann machst du, du machst keine Werkstatt auf, du bist kein Kfz-Mechanik. Aber die Gastronomie, die so viele wichtige Schnittstellen hat, du nimmst ja ein Essen und schiebst dir einen Mund in deinen Körper rein. Das heißt, du musst eine Lagerhaltung, HACCP, du musst Menschen coachen, die Hände müssen sauber sein. Also ich könnte jetzt so lange reden über diesen Prozess und das lassen wir Menschen zu, die einmal drei Stunden irgendwo hingehen, sich hinsetzen und irgendjemandem zuhören. Dann haben sie den Schein und kommen. Und deswegen passieren noch mehr Fehler. Ich mache das seit 26 Jahren. Ich komme aus der Hotellerie. Ich habe das von der Pike aufgelernt und ich habe mit 21 schon mein erstes Restaurant eröffnet, was heute immer noch erfolgreich läuft. Das ist das La Paz übrigens. Also ich habe mit gar keinem Geld, mit ganz wenig angefangen. Das heißt, ich kenne alle Stufen und selbst ich mache noch so viele Fehler, weil meine Mitarbeiter zwar alles aufnehmen, das sind auch tolle Leute. Ich habe ein super Team durch den Gastroflüsterer, weil alle sich bei mir bewerben. Ich habe wirklich nur Talente in den wichtigen Positionen, mit denen ich auch sehr gut klarkomme. Aber auch die, so ist dein Mensch halt, das ist ein Jahr und du hast Höhen und Tiefen. Du performst nicht ein Jahr auf deiner vollen Stärke. Ich tue es auch nicht. Und das muss man als Unternehmer abfedern, damit der Gast am Ende sagt, das Niveau ist gut. Was war dein größtes Tief? Wo hast du mal richtig in die Scheiße gegriffen in der Gastro? Also ich hatte mehrere. Ich hatte mehrere, aber ich glaube, der erste Fehler, den ich wirklich getan habe, das war, als mein Unternehmen sehr schnell groß geworden ist und ich so 28 war und 50 Mitarbeiter, da hat mir das so Angst gemacht, dass ich versage und das nicht schaffe, weil ich habe in jedem Menschen Kosten gesehen. Und dann bin ich in diese Firmen rein und habe die Kosten laufen gesehen und dann habe ich eins gemacht, was ich niemandem rate, ich habe dann vermieden. Ich bin dann zurück und habe andere vorgeschickt, weil ich nicht in den Stress kommen wollte und nicht versagen wollte. Und wenn du diese Verantwortung abgibst, dann nimmst du dir jegliche Art von Freiheit und alle, die drin sind, die spüren das irgendwann, dass du nur noch über Telefon und WhatsApp kommunizierst und dann verlierst du am Ende auch deinen Stolz, deine Würde, weil sie dich nicht mehr ernst nehmen. Und das war ein ganz Weg der Fehler, deswegen sage ich immer, du musst im Leben durch die Angst hindurch. Die Gefahr in der Gastronomie ist natürlich auch wirklich, gerade als Leader oder noch mehr als Inhaber oder Unternehmer, 24 Stunden durchzuarbeiten, weil das ja immer offen hat, in Anführungsstrichen, tagsüber kommen Gäste, nachts ist Abrechnung, Lohnbuchhaltung, Mitarbeiterrekrutierung, whatever. Und das ist ja auch eine Gefahr. Ja, die Öffnungszeiten sind zum einen lang und dann der ganze Kladdereratsch, also die Peripherie, die umrum hängt und dann die Personalprobleme. Also ich arbeite hier in einer Straße, wo ganz viele Gastronomien sind, die haben kaum noch Öffnungszeiten, weil sie kein Personal haben. Was ist da los? Was ist da passiert, Kemal? Das war ganz klar. Wie schon vorhin erklärt, aus dem bestimmten Grund war der Image schon eh angeschlagen, jahrelang. Dann haben wir in Deutschland mit dem Pricing zu kämpfen, die Mentalität, ich will Masse, aber will nicht so viel dafür bezahlen. Das heißt, wir haben gar nicht so viel, um zu verteilen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen immer länger arbeiten, man muss gucken, die Rohstoffe, man spart hier und da. Dann sagt der Gast, ich bin nicht zufrieden. Und dann kommt noch Corona, zwei Jahre. Und welche Branche hatte dann wirklich, wo der Ofen aus war, das war die Gastro. Da sind ganz viele Menschen eben ins Retail, in andere Bereiche abgewandert, die, sag ich mal, virensicherer waren. Und das waren 30 Prozent und die sind noch nicht wieder. Im Gegenteil, jetzt mit der Energiekrise kommt die nächste Bombe, die wird meiner Meinung nach noch schlimmer werden jetzt. Leider. Ich habe ja viel Kontakte auch durch meine Reden, die ich so mache und Trainings zu der Hotellerie. Du hast es gerade schon gesagt, die kommen eben nicht wieder. Also die haben jetzt natürlich auch erkannt, es gibt auch andere Branchen, da werde ich ganz gut bezahlt, gehe ich halt in irgendeine Firma, baue irgendwas zusammen, weil eben A, die Angst da ist, was ist der nächste Klopper, jetzt in dem Fall Energie, vorher Corona. Aber siehst du auch einen Kulturwandel in jungen Menschen, ich sage jetzt mal ganz provokativ was, dass viele sich die Hände nicht mehr schmutzig machen wollen? Ja. Es ist alles durch TikTok und durch Instagram, die Menschen swipen nur noch, es ist so schnell geworden. Also als Beispiel, das erkläre ich immer, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ja, sind wir gleich alt. Ja. Wenn ich früher einen Film sehen wollte, dann bin ich in mein kaltes Auto eingestiegen, bin zur Videothek, habe mir da tausend Filme angeguckt, guck, ob der Film noch da war, habe an einer Schlange gestanden, mit dem VHS in der Hand nach Hause gefahren, dann habe ich einen Film geguckt. Heute gehst du Netflix rein, hast hunderte von Filmen und es geht dir alles trotzdem zu lang. Und diese Mentalität hat dir dieses schnelle, digitale, natürlich auch Menschen verändert. Ja. Und alle sind Influencer und sitzen in einem schönen Auto und gehen essen, aber keiner arbeitet da. Ich kann mich erinnern, als ich damals bei der Lufthansa angefangen habe, mit 18 Jahren im Übrigen, das war eine ganz harte Schule für mich. Ich will das mal vergleichen mit der Gastro ein bisschen. Kann man nicht ganz, aber es gibt Verbindungen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann todmüde war und einfach körperlich nicht mehr konnte. Und da kam einer meiner Vorgesetzten, klopft mir hin auf die Schulter, Herr Beck, Sie werden hier fürs Lächeln bezahlt. Der Gast kann nichts dafür, dass Sie müde sind. Wasser ins Gesicht, ich gebe Ihnen zwei Minuten. Und das hat mir im Nachgang so gut getan. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, wo ist das geblieben? Also wir reden immer nur darüber, die ganze Zeit, wie können wir es dem angestellten Mitarbeiter, dem Teammitglied noch schöner und schicker machen. Und das ist wichtig, ja. Aber es ist auch, glaube ich, wichtig, einem jungen Menschen mal zu sagen, ey, verdienen kommt echt von dienen. Du kannst hier nicht mit riesen Erwartungshaltungen aufschlagen. Ja, deswegen ist es umso wichtiger, im Bewerbungsprozess da wirklich drauf zu gucken und vor allem diese Onboarding-Phase wirklich gut zu machen. Wenn du jemanden nur reinschmeißt und dann verlangst, dann kannst du in dieser Generation auch nicht viel erwarten. Du musst sie da reinbringen, reintragen, bis sie Blut geleckt haben und sehen auch, was dahinter an Entwicklung stehen kann. Weil Kompetenz entsteht ja auch durch Konflikt. Die werden ja hier in so viele Konflikte reingeraten. Die lernen das fürs Leben, dass sie mit Stresssituationen umgehen können, dass sie auch mal damit umgehen können, wenn jemand sie einfach anmacht und das aber nicht persönlich zu nehmen haben, weil nach der Schicht ist alles wieder Chico. Die lernen, schnell im Kopf zu denken. Was meinst du, wie schnell wir Entscheidungen treffen müssen, wenn der Laden von 0 auf 100 voll ist? Und das ist eine Superschule auch für mich damals gewesen. Aber das kannst du mit der neuen Generation eben nicht so machen wie früher bei uns. Hier ist dein Portemonnaie, Schürze, gib Gas. Sondern du musst die Sachte reinholen. Was hat dir mal eine Führungskraft gesagt, wo du echt schlucken musstest? Kurz davor war es so, jetzt gehe ich hier. Das war im Hyatt Hotel. Ich bin der jüngste Manager gewesen, den Hyatt weltweit hatte. Mit 18,5 oder 19 habe ich zwei Abteilungen geleitet. Da bin ich zu einem Drei-Tage-Batt erschienen und Herr van der Vanvaert oder wie er hieß, der ein Holländer, der hat zu mir gesagt, Iris, komm her. Sagt er, das ist ein Rasierer, so ein Einweg-Rasierer und du rasierst dich jetzt ohne Schaum. Und ich habe, glaube ich, am ganzen Gesicht gebrannt und geblutet und musste da noch eine 14-Stunden-Schicht schieben. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Das war die Hölle. Und das vergesse ich nie. Aber danach sind noch so viele Themen gefolgt, auch mit der Selbstständigkeit. Also eigentlich bin ich jetzt 45. Wir sind fast 150 Leute, machen um die 10 Millionen. Keine Investoren drin. Das war wirklich ein harter Ritt. Aber ich habe immer noch schwierige Themen. Das sind einfach, die Probleme haben sich verändert. Die Themen sind anders, aber Herausforderungen sind jeden Tag für mich zu bewältigen. Das ist mein Job. Also das ändert sich nie. Gibt es denn einen Lösungsansatz für den Personalmangel? Du hast gerade gesagt, das eine ist das Onboarding, das Blutlecken. Ich würde sogar sagen, ich sage laut sogar auf der Bühne, dass jeder dieses Dienen lernen muss, weil das ein Handwerkszeug ist. Weil ich erlebe sehr, sehr viele Menschen, die auch diesen Podcast hier hören. Das sind Menschen, die Unternehmer werden wollen, die sich freisprengen wollen. Nur ich sage jedem jungen Menschen, bevor du das tust, musst du in den Schuhen gelaufen sein, die auch deine Mitarbeitenden, deine Teammitglieder tragen. Sonst wirst du nie verstehen, wie diese Arbeit für die wirklich funktioniert. Und hast du einen Lösungsansatz? Also zum einen Mal müssen Konzepte, wenn sie sich Konzepte nennen, auch wirklich eine Tiefe haben. Was ist dein USP? Wenn du keine Seele hast, die grundlegend schon im Fundament gebaut ist, wer soll dafür Passion bekommen? Ja, also es fängt immer von innen nach außen an. Das heißt, du als Unternehmer musst sagen, das ist mein geiles Produkt und ich weiß, warum ich auf dem Markt bin, weil ich bin hiermit einzigartig. Dann hast du schon mal eine ganz andere Glaubwürdigkeit und die strahlst du natürlich nach außen. Das Problem in der heutigen Zeit ist, dass viele einfach aufmachen wollen, Geld verdienen. Wen ziehst du? Wen ziehst du? Das geht einfach nicht. Und dann machen sie Social Media und das ist auch komplett aufgesetzt, ja, mit versuchten, schönen Bildern, aber das triggert die neuen Menschen, die jungen Menschen einfach nicht. Und da fängt das Problem an. Ja, du hast vorhin von La Paz gesprochen, in Hamburg, richtig? Das gibt es jetzt, dann ja, wenn du sagst, du hast mit 21 eröffnet, über 20 Jahre, was ist denn da das Geheimnis, dass das überhaupt noch gibt? Weil ich sage jetzt mal ganz provokativ, ja, Tapas kann ich überall essen, aber warum da? Warum gibt es das so lange? Also, als ich den Laden damals gekauft habe, habe ich es gekauft wegen der Lage. Die Lage ist einfach super top. Ich bin schon so lange hier, ich habe so eine kleine Miete, das ist ein Lacher eigentlich. Raten wir dem Vermieter jetzt nicht. Nein, ich habe auch gerade gedacht, als ich es ausgesprochen habe, das war so. Aber, nee, ich habe auch viel, viel siebenstellig hier investiert, also der kann zufrieden sein mit mir als Mieter. Hast du gut die Kurve bekommen jetzt. Ja. Und, nee, der war auch schon zum Essen da, der war richtig, der kam aus Baden-Baden, ich glaube, die haben noch viel mehr und dann hat er gesagt, Herr Ure, Sie haben ja wirklich ein Schmuckstück aus unserer Mieter. Ab jetzt will der umsonst essen. Ja, das hat er auch gekriegt, das kriegt er auch immer von mir. Da bin ich sehr großzügiger. Aber, ja, ich glaube einfach, La Paz ist die älteste Latino-Bar Hamburgs. Das ist wirklich, jeder kennt den Namen. Wenn du ins Taxi in Hamburg einsteigst, sagst du La Paz, acht Fahrer wissen, wo sie hinfahren müssen. Andere ist, es ist, es hat einfach eine super Geschichte und das Haus ist so wunderschön. Und dann noch diese gesamte Ecklage mit 300 laufenden Metern. und ich glaube, vor einem Jahr haben wir uns neu erfunden, wo wir alles rausgerissen haben und das hat uns nochmal so einen Schub gegeben. Die Gala hat Deutschland zwei Seiten über uns geschrieben. Wir waren jegliche Art von Presse, aber wir bleiben nicht stehen, sondern jetzt passen wir unsere Karte der Inflation an. Was heißt das? Wir gucken jetzt, welcher Gast kann uns doch zweimal die Woche besuchen. Also auch wir sind jetzt uns daran, am Markt anzupassen, denn die Menschen überlegen jetzt wirklich, gehe ich tanken oder essen? Das Ding. Da merkst du, fühlst du das so? Ja, wir haben in den letzten zehn Tagen, es hat auch mit dem Wetterumschwung zu tun, wenn es von Sommer auf Herbst geht, wenn es dunkel wird, ziehen die Menschen sich immer mal zurück. So, passt immer. Aber wir haben hier einen Umsatzrückgang von 35 bis 40 Prozent. Das ist... Aufgrund der Angstmacherei auch? Ja, ja, Medien spielen eine Rolle, Energie geht durch die Decke, die Menschen bezahlen überall 10, 15 Prozent mehr. Man sagt zwar Inflation 9 Prozent, aber gefühlt ist es 15. Und wenn jemand 2000 Euro im Schnitt verdient, hat der jetzt einfach nur noch 1700. Und das war vielleicht das Geld, womit er einfach einmal mehr essen geht. Ja, ja. Und das ist ein harter Tobak, der noch härter wird. Die Energiekosten werden noch weiter steigen. Die Rohstoffpreise werden eben wieder nochmal durch die Decke gehen. Und ich vermute, 30 Prozent werden diese Krise nicht überleben. Das heißt, in einer Straße, wo zehn Restaurants waren, sind dann irgendwie nur noch sechs oder sieben. Was können sie denn tun? Was könnten sie jetzt tun? Also du hast ja vorhin schon ein paar Sachen schon rausgehauen. Das eine ist das USP. Also La Paz kennt jeder. War ja auch ein Weg, dass es jeder kennt. Seid ihr nicht von Anfang an jeder Taxifahrer gekannt? Geht ja nicht. Ja. Und vielleicht, also ich sage zum Beispiel immer, Masse funktioniert oder Nische. Also die McDonalds dieser Welt funktionieren, die Starbucks dieser Welt und Ketten oft. bei Piano dann leider irgendwann nicht mehr, aber so andere. Und eben der Italiener, wo die ganze Familie hingeht, weil da gehen wir seit 20 Jahren hin. Den kennt jeder. Das funktioniert auch. Und die Mitte tut sich schwer. Was können die tun? Also entweder musst du dich, auch nach der Krise übrigens, das wird sich jetzt so etablieren, musst du entweder günstig sein, du musst ein Versorger sein, ich muss essen, ich muss leben oder du musst wirklich Mehrwert bieten. Dass die Leute sagen, wir gehen essen, weil ich da einfach Entertainment habe. Das Essen kann ich zu Hause kochen, aber ich habe das Feeling nicht. Das heißt, es muss wieder mehr, ein Stück weit mehr Erlebnis, den Gast abholen, mehr Leidenschaft, lachen, dass der Gast nach Hause kommt und sagt, hier habe ich einfach soziale Kontakte. Das heißt, es muss viel mehr als nur Essen und Trinken sein, was viele auch umsetzen, aber auch, was die Restaurants angeht, die müssen jetzt mit Energieberatern sprechen. Bei uns laufen die Heizstrahler schon mal nicht mehr draußen, obwohl das jetzt meine beste Zeit ist für Heizstrahler, aber ein Heizstrahler kostet mich 40 Euro am Abend. Ich habe 15 Heizstrahler, rechne das mal hoch. Und da musst du anfangen, Rohstoffpreise täglich zu checken, du musst Lieferanten anschreiben, du musst so viele Dinge gleichzeitig jetzt tun, um das zu überleben, wenn du am Anfang bist oder halt die nötigen Reserven nicht hast. Und jetzt nimmst du Decken statt Heizstrahler? Ja, klar. Oder ich verzichte auf die Tische oder wir sagen, bitte kommen Sie doch rein, da ist noch so viel Platz drin. Von welchem Preis kommt der in der Heizstrahler? Also, dass das mal ein bisschen real in unserem Verständnis ankommt. Also, wenn du jetzt sagst, 40 Euro am Abend, wo kommt der Heizstrahler her? Ja, 2019, 20. Wobei, da war ja auch noch Corona, aber an den Abenden, wo du öffnen durftest. Ich habe es mal ausgerechnet, die Stunde, also ich kriege die korrekten Zahlen, kriege ich heute noch zugeschickt. Ich habe früher in der Stunde 50 bis 70 Cent. Und wenn die dann 10 Stunden an waren oder 12, dann kannst du dir vorstellen, 10 Euro und es hat sich halt jetzt verdreifacht. Und jetzt stell dir vor, du hast aber, ja, das ist Einheitsstrahler, du hast 15, 20 draußen hängen über die gesamte Masse. Das kannst du halt einfach nicht mehr mit Essen gut machen. Also, dafür ist die Marge nicht da. Und du weißt mit Sicherheit von Vapiano, wenn wir gut arbeiten, haben wir 15 bis 20 Prozent Marge. Wenn wir ein bisschen schlechter arbeiten, haben wir gar nicht, so bringen Geld mit. Das kann ganz schnell gehen bei uns. Das heißt aber auch, hast du gerade eigentlich schon rausgehauen, dass der Unternehmer, der Gastronom, sich jetzt um diese Dinger kümmern muss. Es ist kein Kann mehr. Weil wenn er jetzt einfach weitermacht, so das habe ich ja vorher immer gemacht, das haut ihm ja die Knie weg, wenn die Rechnungen kommen. Richtig. Der muss jetzt mit dem Energieberater sprechen, am besten mit den Grundversorgern sprechen. Die Privaten schaffen es alle nicht. Und dann machen viele den Fehler, die gehen jetzt zu günstigen Privatanbietern, kriegen da aber nur ein halbes Jahr gesichert. Das würde ich nicht machen. Das ist wie ein Darlehen. Jetzt, das wird nur noch teurer. Du musst lieber ein bisschen mehr zahlen und die Gold in der Mitte wählen, dafür für die nächsten Jahre einen festen Vertrag machen. Also es passieren auch auf dem Markt natürlich so viele Fehler jetzt, weil viele nervös werden und die privaten Anbieter nutzen das. Und das ist halt auch der Job vom Gastroflüsterer, solche Themen anzusprechen. Und ich bin ja nur noch Creator eigentlich, 70 Prozent. Ich monetarisiere. Was ist dein Antrieb dafür? Also du haust ja bei Instagram andauernd, kostenfrei, Dinge raus, die, wenn wir ehrlich sind, ein Berater, da wird ein Berater, alleine für die Tipps, richtig viel Geld bezahlen. Wenn du die zusammenschneidest, kannst du daraus eine kleine Bibel für dein Restaurant machen und dadurch Geld sparen, mehr Umsatz machen. Was ist dein Antrieb? Also das ist die meistgestellte Frage. Du hast kein Produkt. Ich habe gesagt, doch, mein Produkt sind meine Unternehmen. Ich bin ja, mir geht es ja in Anführungsstrichen gut. Ich verdiene mein Geld. Aber ich habe jetzt in meiner Social-Media-Agentur vier Leute, die schneiden, cutten, Redaktion. Das ist ja ein Riesenaufwand. Ich glaube, ich habe jetzt gerne eine Viertelmillion in das Projekt gesteckt. Warum, sage ich dir? Das sind eigentlich drei Themen. Das erste Thema ist, ich bin gerne vor der Kamera, ich bin gerne auf der Bühne und ich habe gerne das Gefühl der Anerkennung, weil mir das meiner Seele gut tut. Also ego-getrieben, ein Stück weit. Sehr ehrlich, aber ist ja vollkommen okay. Ja, du, ich bin 45, ich sage das, was ist. Und so kennen mich die Leute auch und so lieben meine Mitarbeiter mich auch. Also hier auch an den Führungskräften, bleib verdammt nochmal ehrlich, auch wenn es hart ist. Nicht mit Harmonie versuchen, ich sage immer, nie versuchen, durch Nähe Leistung einzufordern, sondern durch Leistung, ich will da mal Nähe zulassen. Sehr, sehr gut gesagt. Den, sagen wir, bitte nochmal laut und deutlich, weil wir haben immer so einen Satz, den wir hinterher reinschneiden. Bisher ist es der. Also nicht durch Nähe Leistung einfordern, was wir alle machen, weil wir auch so Herdentiere sind, ja, das nutzt sich auch, sondern immer durch Leistung mit der Nähe spielen. Meine Mitarbeiter hören jetzt zu, das solltest du jetzt nicht hören. Ja, aber ich meine, du hast recht. Aber das ist so. Ich meine, wenn wir ehrlich als Unternehmer reden, Nähe muss man sich auch verdienen. Also nicht in deiner Nähe zu sein, weil du Gott gleichgestellt bist, sondern weil du gar nicht anders kannst. Du hast ja nur bestimmte Tagesstunden. Da kann ja gar nicht jeder mit dir nah sein in deinem Unternehmen. Das ist aber auch nicht gut. Ist nicht gut. Und das nutze ich auch schnell ab. Und das sage ich immer wieder zu vielen. Anfänger sind da gerade sehr empfänglich, weil sie Hals suchen. Aber da muss man trotzdem aufpassen. Das fällt dir auf die Füße. Ich war so ein Harmonie-Mensch und ich wollte immer Harmonie. Aber wenn der Gegenüber, also ich sage es mal so, du gehst zum Sport, trainierst, der Muskel, der reißt und fügt sich am nächsten Tag stärker zusammen. Weil er merkt, ich sterbe nicht, aber ich werde kräftiger. Und so ist es mit Menschen. Wenn wir eine Beziehungsebene haben und ich gehe mit dir und sage, Tobi, pass mal auf, deine Art gestern war für mich nicht okay. Du bist ein bisschen sauber, wir gehen schlafen, begegnen uns am nächsten Tag und wir sind ganz normal. Dann kommt Vertrauen. Vertrauen kommt, wenn man merkt, dass durch Spannung etwas nicht zerbricht. Ich persönlich stehe da drauf. Ich brauche ganz klare Ansagen. Also jetzt bin ich ja selber auch Unternehmer, aber ich brauche das. Ich habe nur da, wenn wir auf das Thema nochmal kommen, den Eindruck, dass die Sensibilität dafür bei Menschen so extrem groß geworden ist, weil sie in der Schule schon die Lehrer geduzt haben, weil es schon eine Urkunde dafür gab, wenn sie vom Bordstein gesprungen sind. Ich meine, das ist wirklich alles nicht böse. Nur diese Schule, wenn du da durchgegangen bist und ich hat uns vielleicht auch dazu gebracht, ein bisschen was abzukönnen, weil der Gast wird dich anschreien in der Gastro. Nicht der nächste, aber in einer Woche. Und wenn du es dann nicht gewöhnt bist, damit umzugehen, die Leute fallen um. Das war mein Ansatz als Pörser bei Lufthansa, den Leuten zu sagen, es ist vielleicht nicht auf diesem Flug, aber dich wird... ...jemand anschreien, weil sein Gepäck weg ist. Du hast damit nichts zu tun, aber du trägst diese Uniform. You gotta handle it. Und dafür braucht es Training. Aber diese Samthandschuhe immer, also bringt auch nicht immer was, weil der Gast hat in dem Moment auch keine an, sondern der schreit oder ist wütend. Absolut. Und da bin ich auch bei den neuen Entrepreneuren, die sagen, ich will in zwei Jahren meinen Umsatz da und da haben, ich will durch die Decke gehen, dann will ich in drei Jahren, vier Jahren Exit machen. Nein, der Weg ist das Ziel. Das hört sich abgeräuschen an. Aber du brauchst den täglichen Stressdruck, weil dieser Prozess verreitet dich auch dann darauf vor, wenn du es geschafft hast. Jetzt bist du Tobias Beck, aber diese ganzen kleinen Bühnenshows, diese Nervosität, was schiefgegangen ist, das hat dich eigentlich dahin gebracht, dass du das handeln konntest, die Energie, das Momentum, was du durch diese Tage aufgebaut hast. Das ist ein so wichtiger Prozess, deswegen hat der Satz, der Weg ist das Ziel. Jeden Tag ist dein Ziel. Heute ist dein Ziel. Morgen ist dein Ziel. Jetzt sprechen wir. Es ist mein Ziel, hier abzuliefern. Und mein Restaurant, in dem Fall meine Bühne. Heute Abend bin ich übrigens in Hamburg. Nein. Solltest du noch kommen wollen? Ich kann dich auf die VIP-Liste schreiben. Wo bist du denn? Oh, wie die Halle genau heißt, auf jeden Fall weiß ich, dass es voll ist. Also ausgebucht. Aber auch da, mein Restaurant war ja nicht von Anfang an voll, sondern es hat 20 Jahre gedauert. Absolut. Und diese Schritte gehen zu wollen, bereit zu sein, erst mal zu investieren, mit Blut, Schweiß und Tränen sich da reinzuwerfen, dafür finde ich diese Lehre, also dieses richtig Lernen, nicht nur der Unternehmer sein, der gar nicht weiß, wie ich an der Bar das Bierfass nachfülle. Doch, das musst du wissen. Du kannst es sonst nicht erwarten von deinen Mitarbeitenden. Richtig. Und selbst kannst, du kannst auch sagen, was macht schon der Spieler, steh mal acht Stunden an der Spüle und spül mal an einem sonnigen Tag. Dann denkst du dir, fuck, was ist das für ein Scheißgeschäft? Mach das jeden Tag, 30 Tage oder 25 Tage. Also als Leader muss man schon in die unteren Strukturen gehen oder von dort kommen, damit man auch wertschätzend, authentisch wertschätzend mit seinen Leuten umgeht. Das haben wir übrigens damals bei Bapiano eingeführt in einem Meeting zusammen mit dem ganzen Top-Management. Ab jetzt einmal im Jahr mehrere Tage verteilen wir uns auf alle Restaurants und da wird gelost. Es kann Bar sein, es kann Spüle sein, es kann Kasse sein und das machst du dann nicht eine Stunde, um mal reinzuschnuppern, sondern zwei Tage am Stück und bei mir war es Spüle. Frankfurt 1. Geil. Kima, ganz ehrlich, ich war im Rettungsdienst vorher und ich habe bei Lufthansa hunderte, tausende, zehntausende von Tabletts abgesammelt, aber das in der Hitze zu dem, was der da verdient, der verdient einen Orden, der Mann, der da arbeitet. Und das ist es eben. Und ohne den Teller, der rausgeht, da sind wir bei dem Thema, läuft gar nichts. Nichts. Steht das Ding still. So sieht es aus, genau. Und ja, deswegen ist das alles so wichtig und die Jugend heutzutage, die kommt gar nicht mehr in den Genuss zu leiden, aber Leidenschaft, guck mal, da steckt das Wort Leiden drin. Ja, Leidenschaft, richtige Passion, Leidenschaft kommt durch das Leiden, durch den Prozess und dadurch auch, dass du weißt, was das für ein Preisschild für dich war. Du weißt, was für ein Preisschild hinter Tobias Beck steckt. Besser als jeder andere. Und deswegen überlegst du dir auch dreimal deine Schritte, was du tust. Aber das ist auch so ein toller Satz. Jetzt habe ich den zweiten, den wir reinschneiden können. Die Leiden in dem Kontext, den du gerade gesetzt hast, ist eigentlich ein Riesengeschenk, weil du dadurch diese, für dich diese Resilienz der nächsten Jahre eben auch aufbauen kannst. Du würdest ja jetzt auch da nicht sitzen, ohne den Mann, der damals gesagt hat, rasier dich. Ich meine, das ist wirklich harte Liebe, was du gerade erzählt hast. Aber im Endeffekt will er dir damit nur sagen, ey, das ist hier fünf Sterne Hyatt. Du kannst hier nicht machen, was du willst. Du bist ein Rädchen. Wenn du selber Unternehmer bist, kannst du mit Vollbart kommen. Hier nicht. Darf ich noch einen super Spruch dazu bringen? Bitte. Das ist ein Lieblingsspruch und das passt auch zum Kontext. Durch die ganzen Stufen und das Leiden denkst du dir immer, warum leide ich? Wieso das? Wieso fällt mir jetzt das wieder auf die Füße? Und das habe ich immer erlebt und das ist eingetroffen. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Das ist so wichtig, dass man weiß und nicht sagt, scheiße immer mir. Nein, du wirst besser. Du wirst vorbereitet auf eine große Aufgabe. Und gerade jetzt diesen Menschen, das mache ich meinen Leuten, abzuholen und zu sagen, du hast einen Spiegel jeden Tag, was dir zeigt, wo deine Performance noch besser werden kann. Und wenn du so drangehst, wirst du den Tag besser überstehen. Und wenn du dann da bist, man ist ja nie irgendwo da, und nach hinten guckst, sagst du, diese Position, dieser Job war genau wichtig, damit ich das heute auf dem Niveau abliefern kann, egal was gerade vor mir ist. Oder was für die Situation gerade ist. Habe ich richtig rausgelesen, dass du sagst, ein Restaurant darf ein Profit-Center sein, muss es auch, aber vorne stehen muss die Leidenschaft für Essen, Menschen, Passion, Food, weil ansonsten wird es langfristig nicht funktionieren? Systemeffizienz und Leidenschaft, ich bin für beides, weil dann stimmen die Zahlen nicht. Die Systemeffizienz ist sehr wichtig. Das ist bei Vapiano übrigens passiert, die sind nicht in die Börse gegangen, weil sie mehr Geld wollten, sondern das war ihr letzter Anker, die sind schon viel vorher gestorben, als der Investor reinkam und da haben sie genau die Leidenschaft verloren und die Systemeffizienz zu hoch gezogen und das ist eine Schere, die geht dann und das haben die schon nicht überlebt. Du bist dann rein und hast gemerkt, das ist wie eine Bank. Die Leute haben nicht mehr diesen italienischen Flair. Die Portionen sind so abgewogen, dass du das Gefühl hast, ich muss eine zweite Portion bestellen. Der Ladenbau hat sich nicht wirklich weiterentwickelt und das geht natürlich, wenn dann auch noch Insta und TikTok auf den Markt kommt, wo du natürlich als Zuschauer alles Neue siehst und das ist... War trotzdem eine geile Zeit. Ja, Warpiano, das sind Hamburger Jungs, das war das Systemkonzept, die waren so stolz auf Warpiano, aber da sieht man auch nicht nur Warpiano, Nokia, Quelle, ich kann dir noch so viele nennen, also der Weg der Innovation ist heute wichtiger denn je. Du darfst ihn noch nicht zu früh machen, sondern du musst den Punkt abwarten, wann ist mein Punkt da, wo ich jetzt in Innovation gehen muss. Machst du nämlich zu früh, kann das sein, dass der Markt deine Innovation nicht erkennt. Machst du es zu spät, hast du die Kurve schon verloren und dann nochmal hochzuhieven, das Konzept braucht viel mehr Kraft. Also das ist ein Unternehmerding. Wann muss ich die nächste Rakete zünden? Ja. Wie ist denn Kemal zum Gastroflüsterer geworden? Also es gibt ja in Deutschland, reden wir mal deutschsprachiger Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, wahrscheinlich zehntausende Gastronomen, das sind ja große Länder. Jetzt gibt es einen Gastroflüsterer. Also wow. Ja, das war so spannend. Ich habe vorher immer Multiunternehmer-Content gemacht, weil das auch viele Themen sind, die halt draußen gehört werden müssen, von einem, der von unten kommt, von der Operative. Ich bin ja nur Hauptschüler, mehr bin ich nicht. Ich habe nie studiert, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. That's it. Und ich habe angefangen mit Multiunternehmer-Content, aber das hat nicht wirklich gezündet. Das war, ich war einer von vielen. Und dann habe ich eine Media-Agentur übernommen, während der Corona-Zeit, weil ich wollte für meine Struktur eine eigene Agentur haben, weil CEO, das war mir so undurchsichtig draußen. Ich habe nicht gesehen, was die wirklich machen, die wollten alle viel Geld. Wolltest du selber verstehen. Ja, ich wollte selber, die Firma sollte mir gehören, ich sollte wissen, was da passiert, weil das ist mein Hebel. Wir sind ja ganz groß im Weiterbildungssegment mit Eisberg-Kreibern. und dann hat der Typ gesagt, der da mein Partner war dann, Kemal sagt, du machst das komplett falsch. Du machst eine Sache, die du nicht machen solltest, sondern du hast jetzt Folgendes. Ich schiebe dir einen Kameramann, der begleitet dich den ganzen Tag, weil da bist du eben Gastro und dieser Content ist echt, da brauchst du dich nicht dafür Zeit nehmen. Also wir verwerten nur deinen Alltag und nennen tun wir dich Gastroflüsterer. Krass. Also manchmal liegen die geilsten Chancen so nah bei uns und wir suchen in der Ferne und dann habe ich gesagt, okay, und das erste Video ging viral auf TikTok mit 5 Millionen Views. Also 20 Millionen TikToker gibt es. Davon hat ein Viertel mein Video gesehen. Was war das für ein Video? Das war ein Video. Ich habe einen Mitarbeiter eingestellt, der kam hier rein vor einem Jahr, der hat gesagt, ich bin 18, ich habe meine Ausbildung zu Ende, ich bin langsam, aber ich habe keinen Papa und ich muss meine Mutter und meine Schwester ernähren und ich möchte dich fragen, ob du mir die Chance gibst, hier bei dir zu arbeiten. Ich kriege Gänsehaut. Und dann habe ich gesagt, natürlich, du bist sofort eingestellt, egal wie langsam du bist. Also das war natürlich auch ein Gottesgeschenk, dass der genau da war. Da drückst du ja alle Knöpfe. Und dann habe ich darüber ein Reel gedreht, wirklich nur eine Minute, habe ich gesagt, hier Handy, komm, schalt mal ein. Und das ging viral und das ist dann auf Insta rüber gegangen, dass die Storyviews gewachsen sind und wir haben jetzt auf TikTok 210 oder 11.000 Follower aufgebaut in sechs, sieben Monaten. Wir haben fast eine halbe Million deutschsprachige Follower und davon sind, glaube ich, 30, 40 Prozent tatsächlich Gastronomen und es war die Nische. Es war die Nische. Es ist, glaube ich, mein Alter mit 45. Jetzt kann ich auch was sagen. Ja. Weißt du, so mit, und ich bin Migrant, das heißt, viele Ausländer identifizieren sich mit mir. Wenn ich jetzt Hans-Peter heißen würde und blond wäre, wäre es vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Tobias, blond, ist immer schwierig. Tobi, blond. Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, wir haben eine Nische und keiner ist in der Nische. Keiner ist hier. Und dann habe ich gesagt, super clever. Ja. Aber du musst trotzdem da erstmal hinkommen. Also das war ein Prozess von zwei Jahren. Das war eine Findungsphase. Und dann hat mein Manager gesagt, den hatte ich dann gesagt, okay, du hast den Vogel so getroffen. Du bist jetzt auch mein Manager gleichzeitig. Gib dir das und das ab. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir Leute aufbauen, weil jetzt würden das andere kopieren und wir müssen den Markt als Gastroflüsterer so zumachen, dass es nur einen Gastroflüsterer gibt. Und tatsächlich haben dann mehrere kopiert. Aber wir durch das Monetäre, das ich dann auch reingesteckt habe, haben wir das Tempo gekriegt und ja, jetzt kommen ganz viele Anfragen für Kooperationen, für verschiedenste Geschichten und mal gucken, was daraus jetzt wird. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das nicht allen Kollegen auch nur gefällt. Also das gibt es ja nicht. Es gibt ja, ich sage mal, der Pumukula-Tater, Biedermeyer auch, Kemal auch. Was musst du dir da manchmal anhören? Ich habe viel. Aber ich bin ja nicht angetreten, dass mich jeder mag. Also wenn du willst, dass dich jeder mag, dann sagt man, dann wird Eisverkäufer. Ich liebe auch die Hater, weil ich meine, ein Beispiel, Helene Fischer, erfolgreichste Popsängerin in Europa. 50 Prozent der Leute finden sie total doof. Und die Konzerte sind voll. Also worüber sprechen wir hier? Die Menschen trauen sich nur nicht zu polarisieren oder so sein, weil sie dann sofort ein Feedback bekommen. Und vor diesem Feedback hat jeder Mensch Angst. Aber wenn du da reingehst in den Schmerz oder in dieses Feedback, dann merkst du auch wirklich, wer passt überhaupt zu mir? Weil viele wissen gar nicht, ist das mein richtiges Umfeld, weil sie sich immer anpassen. Und so was auch für die Familie. Gibt es was, wo du denkst, so innerlich, so boah, jetzt muss ich mein Ego aber wirklich immer runterfahren, dass ich da nicht zurückschreibe? Ja, ich habe einen Partner in der Holding, Frank Kittel, der ist Psychologe, der hat Eisbergseminare gebracht. Ja. Und wir haben einen sehr offenen Austausch, richtig hart und wir machen das seit 13 Jahren und da musst du oft den Ego runterschrauben. Bei meinen Managern, die richtig performen, das sind ja auch alles Egos und das ist ja nicht nur ein Ego, sondern der Unternehmer hat die Challenge, zehn Egos in einen Raum zu stecken und jetzt musst du noch gucken, dass die, und was meinst du, was darf für Spielchen gehen? Und das geht nur über über Nächstenliebe, über Demut, über Loyalität, über Teamgeist und das muss erarbeitet werden. Ja, und wenn da mal jemand bei dir richtig piekst, wie reagierst du? Hast du für dich so eine Art Resilienzmodell? Weil mir hilft da zum Beispiel tatsächlich dieses Tiermodell, auch wenn es so albern ist, Eule, Delfin, Walhai. Ich weiß, wer mich triggert, die Eule, die dann mit 34 Checklisten nachfragt. Das weiß ich aber mittlerweile vorher, kann jetzt deshalb damit umgehen, weil ich weiß, derjenige ist so. Das war eins der Dinge, die wir bei Vapiano damals eingeführt haben. Es gibt verschiedene Menschentypen. Der, der dich triggert, bist nicht du selbst, sondern dein absoluter Antityp, dein Gegenüber. Wenn du ein Wal bist und du wärst lieber Krankenschwester und im Kindergarten, wenn du nicht hier arbeitest, und da kommt einer rein und sagt, ich nehme dreifach Schrimps und zwar schnell, nimm den teuersten Wein dazu, kannst du schneller machen. Das wird dich innerlich auffressen. Wenn du aber weißt, derjenige ist halt, ist ein Hai, braucht Aufmerksamkeit, will gesehen werden, dann ist schon einfacher. Ja. Also, ich habe tatsächlich auch schon viel kaputt gemacht durch meine Emotionen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und meine Challenge war, ich will besser werden. Und ich habe immer gesagt, wenn ich es schaffe, in solchen Momenten cool zu bleiben, dann bin ich richtig stolz auf mich. Gestern war so ein Moment. Erzähl. Wir haben mit meinem Geschäftspartner, wir hatten ein Holding-Meeting und wir haben alte Themen, das ist immer die Beziehungskonten. Da muss man aufpassen, dass die gleich voll sind. Wir haben die leer laufen lassen. Und das ist wie mit der Frau, die sich über die Socke beschwert vom Ehemann. Das ist eigentlich gar nicht die Socke. Die Kleen sind nicht aufgearbeitet. Das ist nur ein Symptom. Und da versuchen wir, auf die Symptome zu gehen. Und dann haben wir was Wichtiges festgestellt. Das habe ich aber wirklich nach einem Wein, habe ich das so in mir. Ich habe gesagt, Frank, du bist älter als ich. Und immer warst du der große Bruder, der Lieder und ich war unter dir mit Demut. Und irgendwann habe ich so viel Gas gegeben, dann hat sich die Rolle vertauscht. Aber mit der Rolle sind wir nicht in die Beziehung gegangen. Wir sind so in die Beziehung gegangen. Und dann hat er mir angeguckt und hat gesagt, ja. Und das war eine Spannung. Immer da. Also ich weiß, was ich meine. Da musst du tief rein. Und dann muss man mit Demut auch sagen, ich nehme die Rolle wieder an, weil du bist mein bester Freund. Und ich passe auf dich auf. Und bitte pass du auf mich auf. Weil dann ist es ein Ökosystem. Ja, du hast gerade den Begriff Beziehungskonten angesprochen. Also was Wichtigeres, auch da wieder in der Kommunikation, im Restaurant, zum Gast, aber zum Kollegen. Was Wichtigeres gibt es ja nicht. Weil sonst machen die das auch wieder nicht. Wenn du nur abhebst, dann sagt jeder Mitarbeiter irgendwann, hör mal, du kannst mich mal. Das war die letzte Sonntagsschicht. Da musst du halt auch mal einen zahlen. Absolut. Also es geht immer ums Geben und dem Nehmen. Und deswegen, das ist ja auch schon beim Zuhören. Ich merke zum Beispiel, dass du super gut zuhören kannst. Ich habe das Gefühl nicht, dass ich nicht aussprechen kann. Das ist eine kleine, ich achte auf sowas. Und das nennt man Empathie. So wie wenn ich zu meinem Mitarbeiter sage, heute stimmt was mit dir nicht, lass mal quatschen. Weißt du, was das für den wert ist? Ja, Nähe wieder, Aufmerksamkeit, Zeit, die Währung unserer Welt ist nicht Geld, ist Zeit. Nee, auch vor allem, du bist eine wichtige Person. Du bist wertvoll. Es geht immer um dieses Gefühl, das jeder braucht von uns. Beziehungskonten, Social Media, jetzt für die Leute, die nicht die Gastro-Szene bespielen. Es gibt ja hier mannigfaltige ZuhörerInnen, die komplett was anderes machen. Du bespielst ja das Beziehungskonto des Gegenübers und hebst jetzt erstmal auch gar nicht ab, sondern du nutzt das als Reichweite, hast dann noch ein Buch geschrieben dazu. Und das Business-Modul hinter der Marke des Gastro-Flüsterers ist dann irgendwann die Beratung oder was ist der nächste Schritt? Also das Nächste, was kommt, ist ein Journal, ein Gastro-Journal. Das war aber schon lange fertig. Auch mein Buch war schon viel vor, also nicht viel vor, aber einen Monat vor Gastro-FlüstererInnen. Da war Gastro-FlüstererInnen noch gar nicht auf dem Speicher. Ich habe das geschrieben, weil ich eben starke depressive Phasen hatte, eine Durchdruck über Anstrengung. Aber das ist ein anderes Thema. Ich werde das jetzt noch ein Jahr machen. Ich habe große Marken, die mit mir eine Kooperation haben wollen, weil ich ja auch großer Abnehmer bin für den Handel, Automaten, Maschinen. Ich bin ein super Kunde. Wir haben allein Lebensmittel, für drei Millionen kaufen wir im Jahr ein. Ja, nicht nur das. Jetzt muss ich dich unterbrechen. Wenn du jetzt laut sagen würdest, bei Insta, zu den ganzen Followern, wo du sagst, 40 Prozent sind Gastronomen und du sagst, ab heute kaufen wir alle bei XYZ, ich habe einen Deal. Das ist eine Markenmacht. In der Nische B2B ist das zehnfach, wie wenn du im B2C-Markt bist. Weil bei mir verdienen die Menschen, die können sich die Rechnung sofort absetzen, die Steuer und alles, und die verdienen damit sofort Geld. Also was ich vorhabe, ist eine Gastro-University, weil es gibt jungs und eine Gastro-Schulung. Und da bin ich mit Großen am Sprechen. Aber ich habe gesagt, es ist jetzt so eine kritische Zeit, es passt nicht, dass ich ein Produkt rausbringe und Geld will von den Menschen. Jetzt bin ich nochmal acht, neun Monate da und mache Value, bringe uns durch die Krise und dann gucken wir mal, was die Leute von mir wollen. Aber schön, das heißt mit anderen Worten, du lässt auch ein bisschen kommen. Also welcher Masterplan versteckt sich da hinter der Tür, es auch kommen lassen, erst mal geben. Ich möchte eineinhalb Jahre, das war auch unser Ziel, wir möchten eineinhalb Jahre Trust aufbauen, Value aufbauen und nichts monetarisieren, weil ich lebe gut mit meinen Firmen, ich bin happy und ja klar, wenn man damit Geld verdient, ist es ja auch nicht schlecht. Ich stelle mich nicht dagegen und das ist auch eine Macht. Gastro-Flüsterer, ich merke das, ist in der Gastro-Szene und das wird noch viel heftiger, weil wir natürlich immer besser werden von Woche zu Woche. Wir machen die Hooks besser, wir machen nicht mehr die alten Fehler, redaktionell werden viel geilere Themen, wir lesen Zeitungen jeden Tag, wo können wir was aufschreiben. Also es geht weiter. Du hast halt so eine geil provokative Art eben auch, so ey, so funktioniert. Es erinnert mich ein bisschen an Grand Cadone, kennst du den aus Amerika? Ja, ja. Das wäre jetzt für mich so der Style, so ey, ich zeige mal, wie das hier geht und dann ist aber so viel Content da drin, dass ich innerlich so denke, ey, wenn ich ein Restaurant hätte, ich würde es echt mitschreiben. Aber als letztes Drittel für unseren Podcast war in deiner Anmoderation ein Wort drin, was man dir erst mal gar nicht so zuschreiben würde. Da war Seele drin. Das ist ja ein spiritueller Begriff, also nicht ohne meine Seele. Ich weiß nicht, ob wir da noch die Verbindung schaffen zu der dunklen Zeit, die du hattest. Ja, können wir. Was bedeutet Spiritualität und Seele für dich? Ein Plan, einen Masterplan, Begabungen nutzen. Wo fange ich da an? warum ich zur Seele gekommen bin, als einer, der immer im Außen war. Ich glaube, viele Erfolgsbesessene machen das. Meistens wollen Erfolgsbesessene, die nach einem hinter dem anderen so hinterherjagen, die wollen mal Kontrolle, Macht über eine Welt, die sie als Kind nicht hatten. Das ist nicht immer monetär. Ja, die wollen, die haben als Kind irgendwas erlebt und es war irgendwas nicht mehr im Klaren und durch den Erfolg haben sie immer wieder die Sicherheit und so war es auch bei mir. Ich hatte ein ganz schlimmes Erlebnis in der Kindheit, wirklich was ganz Schlimmes, steht auch ganz am Ende im Buch erst drin, weil ich es rein haben wollte, damit die Leute wissen, dass vieles auch von der Kindheit her berührt. Gewalt? Ja, also Totschlag von meinem Papa, versucht so, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da musste ich gestern auf den Podcast eingehen und das hat mich schon extrem berührt. Alles gut, musst du nicht, aber es war ein traumatisches Erlebnis. Ja, ein ganz traumatisches und ich wollte Erfolg haben, um Kontrolle zu haben. Ich wollte Macht haben und das hat mich die ganze Zeit gestriggert. Dann bin ich durch den Druck und durch das viele Arbeiten halt auch depressiv geworden zum ersten Mal mit 26 in der psychosomatischen Klinik gelandet. Wow. Als ich, ja, das dann auch noch ein zweites Mal mit 30 und mit Mitte 30 hat es mich dann ganz weggefegt, als ich mein Erfolg, meine Ziele erreicht hatte. Dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich, der Boden ging auf, es war ein Sonntag, Harpen City, die alles da, ich bin Ziele übertroffen und bin da mit meiner damaligen Frau gesessen, meine Tochter und ich habe gesagt, was jetzt? Und danach ist die Ehe zerbrochen, meine Mutter ist gestorben und ich war, glaube ich, ein Jahr nicht mehr aus der Wohnung raus, so gefühlt. Dann bin ich wieder in die Klinik gekommen und habe dann, Gott sei Dank, Wir müssen da einmal kurz reinleuchten, weil ja für so viele, die hier zuhören, ich erreiche was, ich erreiche meine Ziele, ich will auch in der Harpen City sitzen, aber da ist der dunkelste Moment bei dir gewesen. Ja, ja, ja. Weil da war es plötzlich da. Ich hatte kein Ziel, kein Leben, Elixier, keine Motivation, ich hatte keine Lust zum Telefonieren, ich dachte, was jetzt? Weil ich immer etwas getan habe, um zu haben, nie aber aus meiner Seelenaufgabe her, was mir Spaß macht. Und ich habe nie gedacht, was ist das Ziel hinterm Ziel? Weil viele sagen, da will ich ankommen, aber was kommt danach? Und deswegen ist auch das Buch immer von innen nach außen. Und dann habe ich eine Therapeutin kennengelernt, die gesagt hat, komm mal, du hast deine Scheinwürfer nur im Außen gehabt, du kennst dich gar nicht. Und dann hat sie gesagt, wir fangen jetzt an zu arbeiten. Mit der Frau habe ich drei Jahre gearbeitet und das Erste, was ich mir gesagt habe, und das war mein Game Changer, auch hier, so trivial, aber so viel bewirkt, ich habe angefangen, morgens mein Bett zu machen. Dann habe ich eine Routine entwickelt. Dann habe ich meinem Leben, eine Struktur gegeben, habe gelebte Erfahrungen gesammelt und gemerkt, wie gut sich das anfühlt, wenn ich Ordnung kriege. Und so haben wir drei Jahre gearbeitet. Und das steht im Buch eben drin, der Weg zurück. Und danach war ich erfolgreicher, weil ich jetzt auch Menschen hatte, mit denen ich umgehen konnte, weil ich echter war. Hat sich dein Umfeld verändert? 100 Mitarbeiter ausgetauscht. Alle. Es ist keiner mehr da von den Alten. Weil die mit deiner neuen Version nicht umgehen konnten, du mit denen nicht? Anders. Das waren die Falschen. Die waren nur da, weil sie da waren, weil ich auch nicht richtig war. Das war denen scheißegal. Jetzt kamen die aber, die gesagt haben, ich möchte mit Kemal arbeiten. Das war natürlich ein Prozess von fünf Jahren, aber ich habe es auch nicht eilig gehabt. Und jetzt habe ich das beste Team ever und ich liebe meine Mitarbeiter. Bin auch sehr eng mit denen. Dein privates Umfeld, wie ist das mit dieser transformativen Phase umgegangen? Also ein guter Freund ist ja einer, der dich liebt, obwohl er dich kennt. Und ein guter Freund liebt dich nicht nur für das, was du jetzt bist, sondern auch mit dem Prozess einer Wand. Und das ist schwierig. Das ist auch für deine Frau schwierig. Weil indem du besser wirst, macht dein Ego ja was mit dir. Und dann verändern sich die Beziehungen. Die Guten machen einen gewissen Feintuning und finden sich wieder. Aber dafür bedarf es sehr viel Weisheit, Geduld und man muss wirklich an den Menschen hängen. Ansonsten wird es schwierig. Ja, ich sage mal ganz provokativ, es ist ja auch nicht schwer, den Kemal zu mögen, mit dem ich in der Hafencity sitze, mit einem dicken Auto und eine Schlasche Champagner trinke, die, ich übertreibe jetzt, eher auch noch bezahlt. Aber ihn anzurufen, wenn du an die Decke starrst, das ist ja der Freund oder das Umfeld. Und ich sage dir, wenn du da bist, dann siehst du, wie Menschen Angst kriegen und sich entfernen. Dann merkst du, wie alleine du bist. Und da habe ich mir auch gesagt, ich werde so die Verantwortung für mein Leben nehmen, dass ich für mich und dadurch auch für andere eine verlässliche Größe werde. Ganz wichtig erst mal für mich, weil ich war es nicht. Und dann für andere, weil ich will nie wieder dieses Gefühl haben, im Bett zu liegen. und eigentlich, ich habe wirklich nie an Selbstmord gedacht. Das hatte ich nie. Aber ich hatte wirklich keine Lust mehr. Also ich habe da keinen Sinn mehr drin gesehen. Ja, wenn es dann dunkel wird. Und es gibt ja so viele Menschen, die sind im Ich-bin-okay-Club. Und die sind nicht okay. Und du siehst es auch, weil diese Rolle hättest du, kann man eben nur bis zu einem gewissen Punkt spielen. Irgendwann wird es dann halt richtig dunkel. Ja. Der Schritt, als du dann wieder rausgegangen bist quasi, also um bildlich zu sprechen, aus der Wohnung heraus, so ich greife jetzt noch mal an und ich bin jetzt anders. Du hast dann gesagt, das ganze Team hat sich ausgetauscht, dein Leben hat sich total verändert. Würde dein damaliges Ich dich jetzt glauben oder würdest du sagen, das ist ja krass, das ist ja ein anderer Mensch? Ja, das sagt auch meine Tochter zu mir und meine Ex-Frau, mit der ich sehr gut befreundet bin. Meine Freundin, meine neue Freundin, mit der ich seit fünf Jahren zusammen bin, die hat den Prozess noch ein bisschen, den abschleichenden Prozess miterlebt. Das ist für jeden so. Aber es hat einen bestimmten Grund. Viele sagen immer, geh ins Detail, guck, was du bist, dir in die Seele. Und ja, kannst du machen, aber ich habe für mich einfach ein grobes Ziel. Und das tut mir gut und das ist einfach ein guter Mensch zu sein. Wenn ich ein guter Mensch sein kann, wenn ich merke, dass die Leute Bock auf mich haben, das macht mich einfach grundglücklich. Und diese kleinen Glücksmomente, die treten dann von allem, die sind eine Folge dessen. Deswegen guck nicht so weit in die Tiefe und mach dein Leben noch komplizierter, weil Komplexität macht einen auch unglücklich. Such, die Dinge leicht zu halten, trivial einfach zu halten. Und da kommt auch dann die Seele hervor, weil du Ruhe hast, weil dein Kopf nicht so voll ist, weil dein Speicher frei ist. Und dann kommen die Momente, wo du sagst, Alter, ich trinke jetzt einen Kaffee und laufe hier in der Natur und das ist einfach geil. Ich habe die richtige Partnerin neben mir. Und dann ist es auch scheißegal, wenn irgendwas passiert, wo du denkst, scheiße, ich gehe jetzt an die Decke. Nee, ist es nicht. Und ich lege noch einen drauf, Tobi, das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Nachdem ich geheilt war und meine Firma auf Kurs war, habe ich eine starke Nervenkrankheit bekommen, 2020. Das nennt sich Polyneuropathie. Was ist das? Das ist, wenn Nervenfasern absterben und das ist dann wie MS, also das fühlt sich so an wie MS, Gott sei Dank war es kein MS, aber ich war dann ein halbes Jahr in Krankenhäusern und dann denke ich mir natürlich, fuck, Depression, Selbstständigkeit, ständig auf der Fassismus, jetzt ist alles gut und jetzt erwischt mich das. Und weißt du, was das Schöne war? Ja. Ich habe das ganz gut weggesteckt und ich bin fast symptomfrei mit Tabletten und habe ein paar Maschinen, ein paar Behandlungen, aber auch die Zeit der Härte hat mich so gut vorbereitet jetzt auf das Leben, dass selbst so etwas, was chronisch ist, nie wieder weggeht, ich gut weggesteckt habe. Also auch hier ist was dahinter eingeschickt. Les Brown hat bei seiner Diagnose vom Prostatakrebs gesagt, oh wow, Mutter Teresa hat mal gesagt, Gott gibt nur denen, die ertragen können und ich hätte mir gewünscht, dass er nicht so viel Hoffnung in mich hat. und ich finde es so bemerkenswert, wie du gerade damit umgehst, nicht im Hass, sondern eben, wir sprechen über Kaffee und Natur und Beziehungen und Freunde und du bist da in dem Punkt angekommen, der Akzeptanz, dass es bestimmte Dinge gibt, die eben nicht zu ändern sind. Richtig. Ja. Du warst so lieb und hast der Community oder meiner Community, magst du gerne ein Geschenk mitgeben und zwar dein Buch verlosen. Also zum Ersten möchte ich euch alle bitten, wenn ihr, das wird er bei seiner Reichweite gar nicht merken, der Kema, aber wir freuen uns ja immer alle über neue Follower und schaut euch einfach seinen Kanal an, es ist wirklich richtig cool, verlinken wir hier in den Shownotes, wenn du gerade bei Lufthansa bist, im Wortprogramm läuft es ja auch, machst einen Screenshot, verlinkst uns beide, dass wir wissen, dass denen die Folge gefallen hat. Aber du möchtest gerne zehn deiner Bücher verlosen in der Community. Was müssen sie tun dafür? Was müssen sie dafür tun? Meine Assistentin ist gerade hier. Eigentlich müssen sie dafür gar nichts tun. Vielleicht schreiben die mir einfach meinen letzten Post, ich habe Tobi gehört bei dir und ich will da am Buch teilnehmen. Dann sehen wir das. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber das wird gut sein. Ich meine, es kann sein, dass jetzt 10.000 Leute oder wir haben ja 25 Millionen Downloads hier auf diesem Podcast. Wahnsinnig. ist eine mutige Entscheidung, zehn Bücher zu verlieren, äh, verlieren, verlieren, ja, verlosen. Oder wir sehen uns alle in deinem Tapas-Restaurant. Das können wir auch machen. Also du bist jederzeit gerne eingeladen hier. Du, ich komme darauf zurück, weil ich bin tatsächlich in zwei Wochen, mache ich mein Relax-Wochenende in Hamburg. Oh ja, das ist nicht so weit von deinem Hotel entfernt, deswegen zehn Minuten mit dem Taxi. Du weißt ja gar nicht, in welchem Hotel ich bin. Doch, das sehe ich im Hintergrund schon. Okay. Nee, nee, ich weiß jetzt, dass du gerne in Zeit gehst, glaube ich, ne? Ja, ich liebe das Zeit-Hotel, ja. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen Schleichwerbung machen. Ich finde dieses Hotel so toll, weil die, weil der Service gigantisch ist und ich mag es gerne, aber das ist nur mein Stil. Bitte nicht für alle lean und clean. Da steht kein Gedöns rum, das mag ich. Ja, das sieht man im Hintergrund. Wobei, meine Assistentin schreibt mir gerade die ersten zehn, die uns eine DM schicken für das Buch. Guck mal, dann wird man es jetzt klargestellt. Ist einfacher, ne? Bevor das Postfach explodiert. Ich habe am Ende dieser Folge noch drei Fragen an dich. In welchen Momenten, weil du weißt ja, dass meine Akademie, da geht es ja darum, die eigene Stimme zu finden. Genau das, was du eigentlich gemacht hast. Also deinen Transformationsprozess auch rauszugehen, auch laut zu werden, was manche Themen angeht. Deshalb steht alles, was wir machen, in you are the voice. Also nicht leise sein, sondern aussprechen. In welchen Momenten hat es dir geholfen, deine Stimme wirklich mal zu erheben? Ja. Und Dinge auszusprechen, die vielleicht sogar unangenehm sind. In Situationen, wo ich mich von gewissen Menschen getrennt habe und gesagt habe, jetzt nicht mehr. Das reicht. Und wann hattest du das letzte Mal Lampenfieber? Wie bist du damit umgegangen? Lampenfieber habe ich immer, wenn ich auf die Bühne gehe, so nach Speech. Ich mache ja Fachsymposien. Da habe ich immer brutal viel Nervosität, obwohl ich super vorbereitet bin. Man sagt ja entweder, leidet das Publikum oder der Speaker. Ich leide immer viel, weil ich mich so gut vorbereite, damit das Publikum nicht leidet. Aber Nervosität kriege ich nicht. Also man merkt es, glaube ich, nicht so stark. Also das sagen mir viele. Aber ich innerlich gehe da schon auch eine Nacht vorher. Deswegen bewundere ich dich so. Und ich bewundere und fühle mich so wertschätzend, dass der größte Speaker im Deutsch- oder Europaraum oder im Dachstum heute Zeit genommen hat. Nee, aber ich guckte deine Videos schon Jahre, als das mit einem Tiermodell rauskam, habe ich gesagt, wie kann man so auf der Bühne performen? Und war da echt neidisch. Ich habe gesagt, wie kann jemand mit so einem Geschenk bestückt sein? Aber Respekt, dass du das so lange auf dem Niveau so durchziehst, das ist mit Sicherheit für viele da draußen auch ein ganz großer Anker, dass man rausgehen soll. Und mit der Bühne hat man ja auch wirklich ein Ding, ein Thema, wo man den Leuten sagen kann, guck mal, geh raus, zeig dich. Und das mehr zeigen kann man sich ja nicht. Und das gibt bestimmt für ihn ganz viel Hoffnung in verschiedensten Bereichen. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ganz viel davon. Und deshalb leite ich dich gerne ein, auch mein Wochenende da mit mir zu verbringen. So hart es klingt. Begabung ist super, aber gar nicht unbedingt notwendig, weil es ist ganz viel Handwerkszeug dabei. Ähnlich wie in der Gastronomie. Manche denken, ich mache ein Restaurant auf, verkaufe whatever und es funktioniert eben nicht. Und dann zeigt dir jemand, wie es geht. Also das Handwerkszeug dahinter, das richtige Programm und dann läuft das mit wie geschnittenem Brot. Und das ist, und das wissen die wenigsten, im Reden, das ist ja eine Kunst, war es schon in der Antike, das sind einfach Werkzeuge. Wenn du die nutzen kannst auf der Bühne, dann ist das Lampenfieber und der Respekt da, aber die Angst weg und das kann ich dir gerne beibringen. Super, gern. Aber erst mal machen wir es La Paz. Erst mal machen wir es La Paz. Ich nehme dich beim Wort und ganz am Ende, you are the voice, du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit, deine Message, wenn du so ein Plakat hättest am Piccadilly Circus oder in New York am Broadway oder von mir aus gegenüber vom La Paz an der Leinwand. Dieser eine Satz, der dich prägt. What is it? Willst du glücklich und zufrieden sein, sei jeden Tag ein guter Mensch. Das ist mein Credo. Dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, danke für diese Stunde Interview. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Seid so lieb. Wie gesagt, geht auf die Instagram-Account oder TikTok vom Kemal und ansonsten hören wir uns alle hier nächste Woche wieder. Macht das Beste draus. Geht lecker essen. Gönnt euch auch mal was. Ja, ausgehen. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Danke schön.